Wir haben 50 Leute gebraucht, um uns eine private Lobby aufzumachen, dass wir uns gemeinsam treffen können mit der DMZ-Community und dann gemeinsam auf die Map zu gehen auf Almasra und dort ein Gruppenfoto zu schießen. Die Idee war, dass wir zwischen Hafen und Einkaufszentrum uns versammeln im Fußballstadion und da auf die Südtribüne gehen und dort ein Foto schießen. Ja, das Ganze, ich habe nicht daran geglaubt, dass es klappt, muss ich ganz ehrlich sagen, 50 Leute zusammen zu kratzen ist schon nicht leicht. Und da waren es am Ende des Tages, hier sind die Namen, die alle mitgemacht haben hier, 150 Leute. War absoluter Wahnsinn, also genauer gesagt 158 Leute sogar. Das heißt, wir konnten die Lobby dann starten, das sind alle auf die Map und konnten das Foto schießen. Es ist sogar relativ ruhig geblieben, ein paar Leute haben so Ärger gemacht, die sind dann fürs nächste Mal natürlich ausgeschlossen. Aber ansonsten ist es wirklich erstaunlich friedlich geblieben, also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Fußgehen raus, dass alle die mitgemacht haben und ich zeige euch in diesem Video hier, wie das abgelaufen ist und was wir danach gemacht haben mit den 150 Leuten auf Almasra, weil die Runde geht ja noch ein bisschen länger als nur für dieses kurze Gruppenfoto. Also nochmal vielen Dank an dieser Stelle für alle Mütterkenden und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ladies and Gentlemen, Couch steht bereit. Ich wiederhole, XPLL8. Ich bitte Sie sich in der Lobby einzufinden, bitte. Bitte jetzt in der Lobby einfinden. Und wir haben schon 44 Leute, ich drehe komplett durch, wir können es hinkriegen. 45 Leute, Leute, noch 4 Leute, 3 Leute, 47, 48, 49 und wir haben die 51. Oh, ihr habt recht gehabt, wir haben es echt gut geschafft. 60 Leute haben wir gesammelt, 62, wir warten bis alle da sind. 62 Leute, 67 Leute, holy shit, 67 Leute, was geht's? Okay, es scheint sich eingependelt zu haben, bei 159. Absolut krank, absolut krank, 159. Okay, wir starten, wir starten. Und es lädt, es lädt, es lädt, es lädt. Krass. Keine Chance, ey, ich bin echt geschockt, René, ne? Sorry für alle, die nicht reingekommen sind, ich bin echt gerade geflasht. Ich verstehe das gerade gar nicht. 50 Leute haben wir gekämpft für und die Lobby ist voll mit 150 Leuten und einige kommen nicht rein, what's that shit? Let's go. Okay, Leute, Leute, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Moment, jetzt kommt der Moment. Es ist noch nichts geschafft bis jetzt, ne? Aber das ist jetzt krass. Aber jetzt, 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 jetzt spannend. Jetzt, ob jetzt, ob es jetzt klappt. Alle ins Stadion. Friedlich, friedlich. Friedlich. Oh man, Leute, wenn das jetzt klappt, wenn das jetzt klappt. Was meint ihr, was meint ihr, klappt das oder drehen die Leute komplett durch? 50, 50 Chance. Guck mal, es ist sogar ein Drohnenturm am Stadion. Es ist sogar eine Deployment Drohne. Let's go, ich springe ab, ich springe ab, springe ab. Jetzt, toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Spiel crasht. Keiner schießt. Jetzt treffen, direkt treffen, direkt treffen. Müssen ja drücken. Oh, wie geil, guck mal. Wie 150 Leute gerade ins Stadion fliegen. Oh mein Gott. Wow, was ist das denn? Wie geil. Wie geil sieht das aus. Oh mein Gott, guck dir das an. Wie die fliegen. Sie sind alles entlang, ne? Alter. Hier oben, ich bin in der Luft. Guck mir das gerade von oben an. Holy Crap. Alle auf die Südtribüne hier. Hier hoch, hier hoch. Der Sprachstelle ist immer fordert, glaube ich. Der Sprachstelle ist immer fordert. Alle hier hoch, alle hier hoch, alle hier hoch. Halt hier mal drauf, pumpen. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Oh mein Gott, wie geil sieht das aus. Sammeln, sammeln. Der ist überlastet. Guck mal, der ist überlastet. Sieht ihr das, wie das alles ruckelt und zuckelt? Okay, alle sammeln, 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 sammeln. Hohohohohohoho. Der Sprachstelle ist komplett überlastet. Okay, 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 okay. Rohohohohohohoho. Alles klar. Ladies and Gentlemen, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten, bitte? Einmal bitte Ihre Aufmerksamkeit, bitte. Herzlich willkommen im Stadion von Al-Masra. Ladies and Gents. Herzlich Willkommen zu diesem wunderbaren Ereignis. Ich hab mich klar gerade, ist ja was überlastet, ist ja was überlastet. Okay. Also wir schießen jetzt das Foto, bitte alle an die Position, bitte alle an die Position. Ja, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, alle an die Position. Ja, alle, Feuer einstellen, alle Feuer einstellen, bitte Feuer einstellen, Fäuste raus, Fäuste raus, alle die Fäuste raus jetzt, Fäuste raus und hinhocken, alle hinhocken, alle hinhocken. Fäuste raus, hinhocken. Okay, schönes Motiv, schönes Motiv, schön, schön. Dankeschön, sehr schön, sehr schön, okay, haben wir, haben wir, haben wir und jetzt alle die Waffe raus und die Luft schießen, alle die Waffe raus und die Luft schießen, Waffe raus und Luft schießen, alle zusammen und jetzt und jetzt und go. Oh mein Gott, top. Oh, wie geil sieht das aus, wie geil sieht das aus. Sehr schön, sehr schön, Vorsicht, Querschläger, GG, GG. Zug ist ne geile Idee, Zug ist ne geile Idee. Leute, alle auf den Zug, alle auf den Zug, Achtung, Achtung, bitte alle auf den Zug versammeln, bitte, bitte alle auf den Zug versammeln, bitte. Hallo, hallo, bitte alle zum Zug, bitte alle zum Zug, alle auf den Zug, bitte alle auf den Zug, bitte einsteigen, bitte einsteigen, bitte steigen sie ein, bitte steigen sie ein, einsteigen, 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 oh, einsteigen, einsteigen, bitte. Bitte einsteigen, einsteigen, einsteigen und schon alle drücken, ich bin der Letzte. Geil. Spaß. Wie das Gas kommt? Oh, wir müssen in die Zone. Weiß ich nicht. Ah, das Gas kommt echt da, ja. Egal, Zugfahrt genießen. Warte mal, ich komme jetzt. Geile Skin. Geil. Oh. Oh. Ich kann mich haften, Leute. Oh, Glückwunsch. Hilfe! Nein! Ich will hier zwischen gefeilen. Bitte geht weg! Ich bin gelegt. Ey. Liegt er hier gerade oder wär's was? Ich kann mich gar nicht bewegen. So viele Leute. Ich kann mich nicht einen Millimeter bewegen gerade. Mal mal. Ich hab 70 FPS. Was cool ist, wir fahren so ein bisschen in die Mitte. Ich kann kurz runter gehen, weil es kommt nicht hoch. An einer von euch hier runter springt mich gern hoch. Guck mal, hinten ist komplett leer. Vorne alle auf den Haufen. Guck mal, hier hinten ist komplett leer. Guck mal hier. Hier ist richtig schön viel Platz. First Class hier hinten. Guck mal hier hoch springen. Guck mal, hier ist richtig schön Platz. Moin moin. Yo, yo, yo. Servus, servus. Was? Ey, mein Glück. Das war aus Versehen. 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 Ich wollte dich nur einfach sparen. Das war aus Versehen. Also ich sehe da mindestens 10 Leute drauf. Aber da gehen noch mehr, oder? Warte mal. Das geht doch nicht, oder? Warum geht das nicht runter? 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 Noo. Okay, warte mal. Scheiße. Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Nee, der ist down. Der ist auch nicht. Nicht nochmal drüber fahren. Die sind nicht. Äh. Ey, hör auf auf mich zu schießen. Das ist so. Kommen alle ins Wasser hier. Poolparty. 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 Moin moin. Poolparty. Party so kleine Kinder immer sterben. Hallo. Komm hin, komm hin, komm hin. Kommen sie, kommen sie. Kommen sie zusammen. Okay. So, bin wieder da. Hallo. Du hier vorne. Poolparty. Poolparty. Gibt es keine Bots mehr dort? Doch! Aber nur an speziellen, äh.. Nur an speziellen Orten gibt es die Bots. Aber sie sind nicht überall, sie sind nicht überall. so damit geht die runde langsam zu ende weil die runde geht langsam zu ende war echt super geil